Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einem weiteren allgemeinen One Piece Q&A. One Piece ist immer noch in der Pause, aber nächste Woche soll es weitergehen, beginnend mit den Spoilern. Aber ihr wisst Bescheid, der offizielle Release vom nächsten Kapitel ist der 17. Juli und das ist ein Montag. Das heißt, auch die Spoiler könnten sich ein klein wenig nach hinten verschieben. Ich weiß nicht, wie da gearbeitet wird, aber dadurch ist natürlich auch die Weekly Don't Jump einen Tag nach hinten verschiebt, kommen natürlich auch die Leaker nicht so früh daran. Aber was weiß ich schon, wir konzentrieren uns heute ein bisschen mehr auf eure allgemeinen Fragen, die ihr wieder sehr nett im Community Tab gepostet habt. Vielen, vielen Dank dafür, denn ohne eure Fragen würde dieses Format natürlich nicht funktionieren. Und ich bedanke mich daher recht herzlich. Und wenn ihr mir ein bisschen was zurückgeben wollt und ihr Lust habt auf mehr dieser One Piece Q&As, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr von diesen Q&As und natürlich viel mehr weiteren One Piece Content. Jetzt haben wir aber lange genug drum herum geredet. Kommen wir zur ersten One Piece Frage und die wurde hier von Tsubasa gestellt. Und er stellt nämlich hier die Frage, wie lange denkst du, werden wir voraussichtlich noch auf Egghead verbringen? Nach unserer Zeitrechnung natürlich schwierig einzuschätzen, weil ich ja auch nicht weiß, wann genau immer die Pausen stattfinden. Und dann haben wir auf einmal so eine Fünf-Wochen-Pause von Ichiro Oda, die wir ja auch nicht vorher einkalkulieren konnten. Und da werden bestimmt noch ein paar andere Pausen dazukommen, die wir nicht so ganz kalkulieren können. Ich denke mal, wir sollten hier in Kapitel reden und das könnte eventuell relativ zügig vorbei sein, weil der Ark ja jetzt doch schon länger ging, als wir das alle im Vorfeld erwartet haben. Aber du kannst halt in dem Sinne noch sehr viel zeigen. Ich hatte ja letzte Woche noch für euch ein Video über das Königs-Arky von Sanji gemacht. Schaut da gerne mal in dieses Video rein. Da habe ich ja auch durch die Blume mal vermittelt, dass es absolut Sinn machen würde, wenn Sanji seinen König Saki auf Egghead Island erweckt oder das erste Mal bewusst tatsächlich einsitzt. Wir wissen ja nicht, ob da schon unterbewusst ein paar Dinge geschehen sind, die uns vielleicht so nicht aufgefallen sind. Und das heißt aber auch natürlich, dass Sanji nochmal einen wichtigen Kampf bekommt, also einen Moment, wo er das erwecken könnte, was natürlich dafür spricht, dass der ganze Ark noch ein bisschen länger dauern könnte. Wir haben ja auch noch Leute, die eigentlich noch nicht wirklich einen Einfluss auf Egghead genommen haben, also die Insel jetzt, nicht der Ark. Und zwar die Marine in Begleitung von Gorosei, St. Seigasiya, Saturn, Kisaru. Die kommen jetzt erst demnächst an. Da wird es natürlich noch ein paar Schere reingeben. Wir haben ein Schiff von den Blackbeard-Piraten. Wir gehen vom Ausschlussverfahren aus, dass Lafitte und Katharina Devon sich dort drauf befinden. Und die haben natürlich auch etwas vor. Und sofern da die Strohhüte dann involviert sind, und man darf ja auch eine Sache nicht vergessen, die ganze Sache mit York ist zwar aufgelöst, aber noch nicht abgeschlossen. Also York geht eigentlich noch ganz gut. Sie ist immer noch ein bisschen am Drücker, hat das Momentum. Das muss ihr abgenommen werden, und die Strohhüte im Gegenzug haben immer noch Probleme gegen die Seraphine, weil sie immer noch nicht so ganz herausgefunden haben, wie sie das Feuer deaktiviert bekommen, beziehungsweise den Seraphine dazu bringen, das Feuer zu deaktivieren. Das könnten noch einige Kapitel werden. Und dann muss ich die Story natürlich fortsetzen. Und es ist ja noch nicht mal hundertprozentig sicher, dass wir im nächsten Kapitel wieder zurückgehen nach Egghead Island. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, weil da würde nämlich auch hier die Pause sehr gut hineinpassen, dass man sagt, jetzt hat man mal alles gezeigt, was auf der anderen Welt so passiert, und im Reverie flashback, aber jetzt nach dieser langen Pause geht es dann wieder zurück nach Egghead und wir sehen dann endlich auch mal wieder Ruffy. Vielleicht hat sich Oda auch das speziell gemacht, weil er hat ja gesagt, diese Augenoperation, seine Hornhautverkrümmung, die er hatte, hat Einfluss auf seine Zeichnereien gehabt und er wollte Ruffy erst dann wieder zeichnen, wenn er wieder richtig gut zeichnen kann und wieder gut sehen kann. Deswegen, das könnte zumindest noch bis Ende des Jahres gehen. Da bekommen wir mit Sicherheit noch 15, vielleicht 20 Kapitel. Rechne mal mit dem neuen Arc erst so Anfang, Mitte nächsten Jahres. Die nächste Frage. Wie geht es dir? Hast du eigentlich genug Zeit für andere Dinge, die nichts mit YouTube und so weiter zu tun haben, wie zum Beispiel dein Familienleben? Naja gut, mein Familienleben ist eigentlich ziemlich leicht abgehakt. Ich bin ja Single und wohne hier alleine und mal abgesehen, wenn ich jetzt auf die Dokumi fahre mit Freunden, dann habe ich auch eigentlich nicht viel weiter zu tun, außer meinen regulären Job, der immer noch relativ wichtig für mich ist, für die Fixkosten. Und ansonsten, ja, ich schaue Anime. Ich streame ja auch noch auf Twitch für euch, meistens mittwochs und freitags um 20 Uhr. Da geht es vorweg dann immer um Anime und Manga, also nicht speziell One Piece. Und ich habe ja auch noch einen Zweitkanal, den ihr gerne auch mal aufsuchen könnt, wo ja auch dann noch regelmäßig Content kommt. Und ich denke, ich habe auch noch Zeit für mein Privatleben, beziehungsweise mein Privatleben ist ja auch so ein bisschen das, was ich auf YouTube mache, so ein bisschen Hobby-mäßig, wenn ich mir Anime anschaue, dann nicht, weil ich muss, sondern weil ich ja auch will. Und ja, das Einzige, was ich nicht so gerne mache, ist halt relativ viel Zeit verschwenden, wie beispielsweise, wenn ich halt spazieren gehe, dann gehe ich halt ein bisschen länger und dann dauert das zwei Stunden und die sind dann halt irgendwie weg. Das heißt, ich muss mich dazwischen dann auch wieder beschäftigen. Aber ja, ansonsten, ich bin nicht mehr der große Zocker und dann verteilt man einfach seine Zeit, wie man die halt hat. Aber vielleicht ändert sich das ja mit dem Familienleben irgendwann einmal. Wir drücken die Daumen. Kommen wir weiter mit One Piece Fragen natürlich von Anto Branic. Er hat gefragt, meiner Meinung nach, was wird der nächste Ark sein? Naja, streng genommen sage ich halt immer noch Elbaf. Elbaf hätte für mich definitiv Sinn gemacht, denn einige der Strohhüte wollen unbedingt nach Elbaf. Elbaf könnte auch ein Ziel sein von Vegapunk, weil wir dürfen ja nicht vergessen, am Ende vom Egghead Island Ark läuft ja alles darauf hinaus, dass man Vegapunk dort wegbringt und natürlich die überlebenden Satellites. Vielleicht überlebt auch eine der Satellites und der Stella, der Original Vegapunk, muss auch noch ins Gras beißen, um es freundlich auszudrücken. Kann ja auch noch passieren. Aber dann hat man eben diese Person. Wo bringt man die hin? Man hatte ja schon öfters mal solche Situationen, dass man einen Begleiter hatte. Trafalgar Law nach Punk Hazard, aber auch Kinemon und Momonosuke. Und man wusste, demnächst geht es nach Dressrosa. Man ging nach Greenbit. Man ging dann nach Suu. Dann musste man nach Whole Cake Island, um Sanji wiederzuholen. Aber das eigentliche Ziel war die ganze Zeit Wano Kuni. Und dieses Ziel wurde ja nicht von Ruffy in dem Sinne bestimmt, sondern halt eben von Kinemon und Momonosuke auf Suu, weil die alle gesagt haben, sie brauchen Hilfe, um ihr Land wieder zu befreien gegen Kaido. Und da gehe ich halt davon aus, dass dann eben auch die Entscheidung seitens der Vegapunk-Seite kommt. Und am Ende hast du vielleicht einen Vegapunk dabei, drei Satellites, Jewelie, Bonnie, eine Stassi, die dann dabei sein wird. Wo bringst du die hin? Du kannst sie nicht nach Momora Island ins Kamerbaker Königinnenreich bringen. Das ist auf der ersten Hälfte der Grand Line. Das wäre ein riesiger Rückschritt. Eine Möglichkeit wäre natürlich, man trennt sich dann unterwegs und die werden irgendwo abgeholt oder man setzt sie irgendwo ab. Und dann könnte das der nächste Arc sein, auch wenn er dann vielleicht nur drei, vier Kapitel geht oder zumindest diese Insel dann in drei, vier Kapiteln behandelt wird. Aber dann, wo geht es als nächstes hin? Das große Ziel ist ja dann, nach Laugh Tale zu segeln, aber dafür benötigt man ja noch ein viertes Road-Pornoclyph. Und laut den Informationen, die wir jetzt von Blackbeard bekommen haben, soll der Mann mit der Brandnarbe das letzte Road-Pornoclyph haben, der eventuell in Verbindung mit der Weltregierung steht oder für diese arbeitet und der ein schwarzes Schiff fährt. Das heißt, er ist ja nicht am gleichen Ort, sondern er ist ja immer unterwegs. Und selbst dann soll er ja die ganze Zeit Strudel erzeugen, damit man ihm quasi nicht folgen kann. Und er versenkt dann die Schiffe. Aber ist das dann das direkte Ziel, nach einer mysteriösen Person zu suchen, die irgendwo auf der Welt sein könnte? Also da kannst du auch nach Sonisha suchen. Es sei denn natürlich, es taucht irgendwo eine Vifre-Card von diesem Mann mit der Brandnarbe auf. Das wäre vielleicht interessant, dass wir die vielleicht von Vegapunk bekommen, weil er kennt diese Person irgendwoher, vielleicht durch seine Zusammenarbeit mit der Weltregierung, dass er vielleicht dieses schwarze Schiff gebaut hat. Das wäre doch eine coole Idee, oder? Vegapunk hat dieses Schiff gebaut und mit diesem Schiff kann man eben diese Strudel erzeugen, damit das Road-Pornoclyph von den ganzen Piraten sicher ist. Und dann nutzt man halt das, was man ja auch aus vielen Filmen kennt, meistens bei Gefängnissen, dass etwas, was mobil ist, ja dann auch viel einfacher zu verteidigen ist, als etwas, was immer am gleichen Ort ist, wo jeder weiß, wo man hinzukommen braucht. Also könnte das eventuell dann der Black-Ship-Arc sein, wo man dann dieses Schiff verfolgt und man hat vielleicht eine Vifre-Card, oder es geht halt erstmal nach Elbath, weil da, ja, da geht die Party ab oder so etwas, ja. Wir wissen ja, dass Shanks Elbath verlassen hat, davor noch Eustace Captain Kit beseitigt hat, aber es kann natürlich sein, dass auch eine Nico Robin sagt, ich würde jetzt mal gerne Jaguar D. Saul wieder gerne sehen, auch wenn natürlich nie hundertprozentig gesagt wurde, er ist auf Elbath, sondern er hält sich irgendwo versteckt. Aber auch hier sind wir wieder bei der Wahrscheinlichkeitrechnung und die höchste Wahrscheinlichkeit ist natürlich Elbath. Und das könnte natürlich auch dann der Grund sein, dass Vegapunk dorthin will, weil er sich dort sicher führt, weil Elbath ja kein Teil der Weltregierung ist, sondern, ja, jetzt auch kein richtiger Feind, aber ein Gegenpol, ja, so etwas, wo sich die Weltregierung jetzt auch nicht unbedingt traut, sich anzulegen. Auf der anderen Seite, die haben die Mother Flame. Na gut, Elbath könnte vielleicht zu groß sein für die Mother Flame, um die dann mit einem Schlag zu vernichten und man will sich ja nicht die Riesen zum Feind machen. Erinnert ihr euch noch an Big Mom? Die hat ja gesagt, hätte das damals mit Lola und Prinz Loki und der Vermählung geklappt und sie hätte die Riesen unter sich gehabt, wäre sie schon längst Piratenkönigin gewesen. Ich bin mir sicher, sie wäre es wahrscheinlich nicht geworden, aber sie hat zumindest daran geglaubt, an die Stärke der Riesen. Das ist ja die stärkste Rasse in One Piece. Zumindest, wenn wir vom Standardmäßigen ausgehen. Und dann haben wir die zweite Frage, und zwar, Wie stark schätzt du die Gorosei die Kriegsgötter ein? Ja, da müssen wir erstmal nochmal festhalten, sind sie Kriegsgötter, sind es Gottheiten? Ich denke, es spielt nicht so eine große Rolle, weil es ja eigentlich nur ein Titel ist. Insgesamt war ja Gott immer nur ein Titel in One Piece. Usopp trägt ihn als Beinamen bei Gunford. Hat ja auch gesagt, das ist nur der Titel für quasi den Bürgermeister von Skypiea. Enel hat sich was drauf eingebildet, aber es war halt auch nie mehr als ein Titel. Und jetzt bei den Kriegsgöttern haben wir das ebenfalls auch. Wie stark schätze ich diese Leute ein? Ich würde nicht sagen, dass die auf einem Kaiserlevel sind. Das heißt ja, wir hätten fünf Leute auf einem Kaiserlevel. Warum haben die Kaiser überhaupt existieren dürfen? Das ist ja immer so ein Punkt. Das ist ja dasselbe System wie bei den Admirälen. Wenn die Admiräle so stark sind wie Kaiser, wie hätten die dann überhaupt existieren können, die Kaiser? Die hätte man dann weggemacht. Sie sind ein wohl genommenes Übel, womit man verhandelt und man nimmt es so hin, weil man halt auch nichts dagegen machen kann. Aber im Grunde wäre es natürlich besser, auch für die Weltregierung und die Marine, dass sie weg wären. Und die Gorosei, die haben ja weniger Stress dann, wenn sie alle auf dem Level wären. Stellt euch davor, da bräuchte ich ja nur drei Gorosei zu Kaido zu schicken und die übernehmen komplett Wano Kuni. Warum haben sie das nicht getan? Wahrscheinlich, weil sie nicht so stark sind. Und da sind wir auch wieder an einem anderen Punkt, den wir ja am Ende von Wano Kuniak hatten, ein Ryokyu Aramaki, der wollte sich ja mit Ruffy anlegen, wollte ja den Kopf holen für die Tenryu Bitu, für die Gorosei von ihm. Da war Ruffy noch nicht so wirklich Kaiser. Er war kurz davor, offiziell anerkannt zu werden, aber wir können uns darauf einigen, dass weder Ruffy noch Kit noch Law, zu dem Zeitpunkt, die alle ein Kopfgeld von drei Milliarden bekommen haben, schon wirkliche Kaiser waren, die man halt auf eine Stufe stellen kann, zumindest zu dem Zeitpunkt, mit einem Whitebeard, einem Shanks oder einem Blackbeard, die einfach noch, auch wegen der Erfahrung, noch einen Ticken höher sind. Ich meine, das sind ja auch zukünftige Gegner, Whitebeard jetzt nicht, aber Shanks eventuell und Blackbeard auf jeden Fall, die müssen ja auch nochmal Ruffy fordern. Aber als Shanks dann aufgetaucht hat, das war nur Kuni, da hat Aramaki dann ganz schnell den Rückzieher gemacht, er hat gesagt, nee, die kann ich nicht beide gebrauchen, wahrscheinlich schafft er auch nur Shanks alleine nicht. Was natürlich eventuell auch bedeuten könnte, warum hat man jetzt halt einen Kizaru mitgenommen, wenn der Gorosei so krass stark ist? Das könnte zwei Antworten haben. Erstens, der Gorosei will nicht, dass man weiß, dass sie krass sind, beziehungsweise was sie drauf haben, Stichwort auch diese Verwandlung, was höchstwahrscheinlich eine Teufelsfrucht ist. Auf der anderen Seite könnte das weltbekannt sein und nur wir wussten es halt die ganze Zeit nicht. Aber ich denke mal, auf Admirallevel könnte man die schon sehr, sehr gut einschätzen, denke ich mal. Vielleicht sind die ein Tick besser, vielleicht ein Tick schlechter als ein Admiral, definitiv ein Tick schlechter als der Große Admiral, da bin ich mir sicher. Aber ich denke, die werden auch selten alleine kämpfen. Ich denke, in Eckert Island, das ist jetzt mal so eine Ausnahmesituation. Also, das sind schon ein paar Typen, die sollte man nicht unterschätzen, die werden kein Fallobst sein, aber ich glaube auch, dass das eher Gegner sein werden, die am Ende der Story kommen und die dann vielleicht auch noch krasse Gegner werden für Sanji und Zoro eventuell und dann Jinbei und wer halt noch in der Strohbande ist oder wir bekommen nochmal Verstärkung, Sprichwort Law oder Yamato, die sich den Josei anlegen und Ruffys Gegner wird dann halt Imu und ich denke mal, Imu wird dann halt schon vielleicht sogar die stärkste Kreatur sein, die es gibt auf der Welt. Es würde zumindest Sinn machen, wenn er der allerletzte Gegner wäre oder er hat halt irgendwie einen miesen Trick drauf. Und dann kommen wir zu einer Frage von Hato und zwar, was glaubst du möchte Zoro von Vegapunk? Kapitel 1062. Eigentlich nicht viel. Das haben wir damals ja schon geklärt. Im Grunde wollte Zoro dann wahrscheinlich auch nur wissen, was mit den anderen los ist und so etwas, aber er hatte jetzt nicht speziell einen Wunsch an Vegapunk. Das war auch durch die Fanübersetzung ein bisschen fehlverstanden. Also es ging da nicht so wirklich um was. Eher so allgemeine Dinge. Ja, so, ja, hier, ich will den mal treffen, mal wissen, was hier los ist und so etwas. Also ja, nein, weil hier auch noch die Frage gestellt wird, Gegenmittel für die gescheiterten Smilefrüchte? Nein. Das ist ja auch eine Geschichte mit den Smilefrüchten. Wir haben ja immer gedacht, okay, da kommt dann Chopper, der macht ein Heilmittel und dann geht es denen alle wieder Gucci und die müssen nicht mehr doof lachen. Wir sehen das Ganze aber irgendwo falsch, denn das ist weder eine Krankheit noch eine Infektion noch eine Verletzung, die ein Arzt heilen könnte. Es ist halt eine Nebenwirkung. Dieses Lachen durch die Smilefrüchte ist halt eher vergleichbar mit dem Fluch der Teufelsfrüchte. Du kannst da nicht mehr schwimmen und das ist ein Effekt, den kannst du halt auch nicht negieren. Das heißt, du kannst es wahrscheinlich gar nicht ungeschehen machen und vielleicht kann auch Vegapunk das nicht. Muss man halt gucken, ob das überhaupt in dem Sinne funktioniert. Bei dieser Gigantifizierung mit den größeren Kindern, da hat das dann schon eher Sinn gemacht, weil das war ja ein Effekt, der künstlich erzeugt wurde, aber in dem Bereich und bei den Smilefrüchten bewegen wir uns ja im Bereich der Teufelsfrüchte beziehungsweise künstliche Teufelsfrüchte. Dann die nächste Frage von Icognito. Unabhängig dem Umstand, dass es zu viele wären, wenn du der Strohhutbande fünf Mitglieder hinzufügen könntest, wen würdest du wählen? Ich würde da gar nicht so viele ausgefallene Charaktere wählen. Ich meine, ich hätte auch im letzten Podcast über neue potenzielle Mitglieder der Strohhüte gemacht. Gerne mal reinhören, Leute. Einfach mal auf meinem Kanal schauen. Da gibt es mit Sicherheit noch das ein oder andere Video, was ihr noch nicht gesehen habt und was euch gut gefallen könnte. Ja, wer wären das dann für Mitglieder? Ich bleibe da auch mal streng bei den Mitgliedern, die wir eigentlich schon in der Crew haben. Yamato zum Beispiel. Also, vielleicht habt ihr das auch anders aufgenommen als ich, aber im Grunde wurde nach Wano Kuni sowohl Yamato als auch Kinemon und Momonosuke und Otama quasi für die Zukunft rekrutiert oder beziehungsweise denen wurde gesagt, wenn ihr mitwollt, dann holen wir euch ab, dann seid ihr Teil der Strohhutbande. Das sind also passive Mitglieder. Ich denke, Yamato würde hier vielleicht sogar am besten passen. Wir haben Nefertari Vivi, Nefertari D. Vivi, die unbedingt sich mit Ruffy treffen muss. Das heißt, auch sie könnte wieder Mitglied werden. Sie gilt ja laut Wifrekat als ausgetretenes Mitglied, als passives Mitglied. Da würde ich sie sehr gerne sehen. Kinemon und Momonosuke bräuchte ich jetzt nicht streng genommen. Also, die haben ja ihre Story auf Wano Kuni. Momonosuke muss der Shogun sein und da wird es wahrscheinlich auch noch in die Richtung gehen, dass er die Grenzen öffnet, die Blutton etc. Yamato ist ja mehr oder weniger frei. Sie hat sich ja entschieden, zurückzubleiben, weil halt so krasse Charaktere wie Adamaki auftauchen können. Hat das dann ein bisschen durch die Blume verpackt, gesagt, ich will die gleiche Sache machen, wie Oden damals gemacht hat. Sie sehe ich da halt schon. Ich bin ein großer Freund davon, dass Trafalgar Law immer noch mit die Crew kommt, aber ich kann ihn mir eher in der Großflotte vorstellen, genauso wie Kit. Ich glaube, dazu mache ich auch nochmal ein Video, warum das eigentlich gar nicht so schräg ist, also, dass die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt null ist, sondern vielleicht im unteren Maß so 10-20% auch vielleicht auch um eine Botschaft herauszusenden, denn nach Wano Kuni waren sie ja alle überzeugt, sie sind der nächste Piratenkönig, alle wurden quasi auf gleich gehobelt, alle 3 Milliarden, Ruffy halt der Kaiser, aber sie haben ja alle, zumindest Kit, waren ja davon überzeugt, dass sie der eigentliche Kaiser sind und wir haben ja gesehen, dass sie es halt nicht geschafft haben dann ab dem Punkt, da war ja Ende für Law bei Blackbeard, bei Kit für Shanks, nur Ruffy, der hat sich halt vorangesetzt und das ist ja etwas, ein Muster, das sich ja abgezeichnet hat in den Begegnungen, die die hatten und dann könnten sie vielleicht einsehen, okay, wir selbst, wir waren nicht dazu bestimmt, aber der Strohhut, der ist über seine Grenzen hinausgewachsen, der wird immer stärker und dann schließen wir uns den dann am Ende an, weil auch gerade Ruffy sich dann auch so ein bisschen rächen könnte für diese Charaktere. Gut, bei Shanks ist das immer ein bisschen schwierig, die Sache, aber bei Blackbeard für Law auf jeden Fall, deswegen sehe ich auch Law eher als Blackbeard dort in der Großflotte, aber da sind wir natürlich nicht mehr bei den Stammcharakteren. Ja, Bon Curry wäre natürlich auch eine super Sache, aber ob der nochmal rauskommt, wir hoffen es natürlich alle, genauso sehe ich Bellamy immer noch als Option, das müsste aber halt dann auch nochmal gut erklärt werden, auf jeden Fall war diese ganze Geschichte bei der Strohhut Großflotte, wo er ja streng genommen kein Teil ist, ziemlich vielversprechend, muss man dazu sagen und ansonsten kann natürlich auch immer ein Charakter kommen. Ich stelle euch mal vor, im nächsten Arc ist wirklich der Elbaf-Arc, über den wir vorhin gesprochen haben und dann kommt ein Riese dazu. Würde der auf der Sunny überhaupt Platz finden? Ich denke schon, oder? War das nicht bei den Filler-Episoden mit Lily S. Tomic, die ja eine Riese hin war und dann diese Mini-Mini-Frucht gegessen hat? Ich weiß, es war Filler, aber ich gehe jetzt nur mal von den Größenverhältnissen eines Riesens auf der 1000 Sunny. Oder vielleicht wird es natürlich auch genau so etwas, ein Riese mit einer Art Schrumpffrucht. Wir haben ja jetzt die Riesig-Frucht vorgestellt bekommen von San Juan Wolf. Vielleicht gibt es da auch das Gegenteil. Oho, Gegenteilstheorie. Wir kennen sie alle. Aber hey, wer weiß. Ich bin mal gespannt, wer da noch auf uns zustößt. Vielleicht ein Charakter, mit dem wir alle noch gar nicht gerechnet haben. Welchen Arc fandest du bis jetzt am schlechtesten und welchen am besten? Ja, am besten, ich würde sagen, immer noch Enis Lobby in Kombination natürlich mit Water7. Ich bin aber auch ein großer Freund vom Ribery-Arc, der ist natürlich cool. Jetzt der Eckert-Arc ist ziemlich cool wegen den ganzen Informationen, die wir dort bekommen haben. Welchen finde ich am schlechtesten? Immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil ja nicht jeder Arc zwar das verspricht, was man erwartet mit Enthüllung von Geheimnissen, coolen Charakteren, krassen Kämpfen, sondern wir haben halt auch so etwas wie den Debbie-Backfight-Arc, den Foxy-Arc, den viele ja auch noch für Filler halten. Nein, ist er nicht. Er wurde im Anime nur erweitert und dann gab es noch einen Film, aber der existiert auch so im Manga. Aber auf der anderen Seite, er war halt extrem witzig. Ich glaube, es gibt nicht so wirklich für mich einen schlechten Arc, den ich am schlechtesten finde, weil ich mag One Piece so wie es ist und ich kann jedem Arc in gewisser Weise etwas abgewinnen. Ja, klar, der ein oder andere von euch sagt jetzt, boah, mit Arc XY, damit konnte ich so gar nichts anfangen. Der hat mich nicht angesprochen. Wano Kuni war zu lang oder so etwas, aber ich habe das einfach nicht so empfunden. Ja, auch Wano Kuni hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, es gibt zu jedem Kapitel von Wano Kuni Arc eine Review hier auf meinem Kanal. Da werdet ihr das auch mit Sicherheit merken und gerade so langweilige Kapitel, da habe ich immer sehr viel dazu erzählen zu können. Das ging dann halt bei den Klicks immer ein bisschen unter, weil ja, auch da spielt natürlich eine große Rolle, wie gut das Kapitel performt, wie hoch das Interesse bei der großen Community dann natürlich ist. Ins Blaue geraten, welche Teufelsfrucht könnte Imusama haben? Göttliches Wesen? Vielleicht eine göttliche Soan? Das hätten wir noch nicht gehabt, oder? Dass wir vielleicht nochmal eine Extra-Soan haben. Soan sind ja die einzigen Teufelsfrüchte, die quasi nochmal so eine Unterteilung haben, abgesehen von Paramezia und Logia und dann gibt es ja auch noch spezielle Paramezia wie die Mochi-Frucht von Katakuri oder auch Besonderheiten unter den Logia-Früchten wie die Yamiaminomi von Blackbeard, die Dunkelheitsfrucht, weil die ein bisschen anders funktioniert. Aber bei Soan haben wir ja diese ganzen Einteilungen in Kategorien, ja, die Pferdefrüchte, die Hundefrüchte und so weiter. Dann nochmal so eine Erweiterung mit mysteriösen Teufelsfrüchten, mit antiken Soan-Teufelsfrüchten. Warum nicht auch nochmal so eine göttliche Frucht von einem Götterwesen? Aber am Ende glaube ich einfach, es ist eine mystische Teufelsfrucht. Da gehe ich einfach mit dem Wahrscheinlichsten, was es sein könnte. Welches Tier es genau ist, weiß ich nicht. Ich habe mal ein bisschen nach einer Echse oder sonst irgendwas ähnliches gesucht in der japanischen Folklore. Da bieten sich natürlich auch diverse Drachen an, aber auf so eine hundertprozentige Antwort, wo ich gesagt habe, ja, das könnte es sein, bin ich leider nicht gestoßen. Was ist mein Lieblingsessen? Schwierig. Vieles. Vieles. Ich esse viele Sachen sehr gerne. Ich koche nicht sehr gerne. Das ist auch immer so eine Sache, was halt Aufwand und Zeit verschlingt. Ich wüsste es nicht, was ich sagen müsste. Vielleicht auch Döner, weil es ist halt eine gute Kombination, die man halt ohne viel Kohlenhydrate essen kann. Fleisch und Salat. natürlich, man könnte auch noch auf Soße verzichten oder so etwas, aber das funktioniert dann sehr, sehr gut. Ich mag aber auch diese Suppen, die ich mir da mache. Einfach nur eine Gemüsepfanne und dann mit Hähnchen geschnetzeltes und dann macht man sich eine Hühnerbrühe dabei. Das kommt eigentlich auch ziemlich gut. Kevnox hat gefragt, auf Eckert befasst sich Bonnie ja gerade den Erinnerungen ihres Vaters. Was wäre, wenn sie damit selbst das Schicksal von Kuma besiegelt? Kuma hat sich selbst die Erinnerungen mit seiner Frucht extrahiert, wie damals die Schmerzen von Ruffy, die als Zorro diese Schmerzen aufgenommen hat und die Schmerzen verschwunden. Wenn Bonnie sich jetzt alle Erinnerungen von Kuma ansieht, könnten diese auch verschwinden und sie können nie wieder zu Kuma zurückkehren, wodurch ja auch nicht mehr der Alte werden kann. Was hältst du von dieser Theorie? Ich glaube, das Konzept funktioniert ein klein wenig anders. Denn hier wurden ja zwar die Schmerzen entzogen und auf Zorro übertragen, aber das ist ja auch der direkte Punkt. Diese Schmerzen wurden bewusst weitergegeben. Diese Erinnerungen wurden ja mehr oder weniger gespeichert. Also das, was sich Jolie Bonny ansieht, ist ja eher ein Video und sie hat die gesehen und dann kann sich die vielleicht jemand anders da ansehen, weil sonst wären die ja vielleicht schon viel früher verschwunden, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Vegapunk und seine Satelliten daran geforscht haben und dann hin und wieder mal diese Erinnerungen angesehen haben, dann wären die ja schon längst auf die übertragen worden und Kuma könnte sie nicht bekommen und Jolie Bonny könnte sie jetzt halt eben einfach auch nicht sichten. Ich glaube, das Konzept ist da ein klein wenig geringfügig geändert, weil, glaube ich, dann Kuma hätte die Schmerzen von Ruffy auch einfach in dieser Blase lassen können und dann irgendwo in der Welt verteilen können, aber er hat sie ja direkt an Zorro dann übertragen. Dann, Jesse hat gefragt, was ist mit Pudding? Wird sie in der Story noch eine Rolle spielen oder wozu braucht Blackbeard sie für seine Ziele, König der Piraten zu werden? Naja, also der Grundgedanke ist ja einfach. Pudding ist vom Drei-Augen-Stamm und genauso wie Big Mom wird Blackbeard wahrscheinlich wissen, dass der Drei-Augen-Stamm das wahre Auge erwecken kann und damit die Pornoglyphe lesen kann oder beziehungsweise verstehen kann, was auf den Pornoglyphen steht. Und Blackbeard hat ja selbst noch keine Möglichkeit, Pornoglyphe zu lesen, ähnlich halt auch wie Shanks, es sei denn, sie haben es persönlich selbst irgendwann mal gelernt, irgendwie. Jetzt könnte man sagen, aber die hatten doch keinen so großen Kontakt zu Kozuki Oden oder beziehungsweise Blackbeard nicht. Auf der anderen Seite, Nico Robin hat sich das auch komplett alleine beigebracht. Also, dass es noch irgendwo einen Charakter gibt auf der Welt, der sich das von alleine beibringt, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und da wird sie natürlich noch eine größere Rolle in der Story spielen. Dass sie jetzt aktuell keine spielt, ist ganz einfach. Es gab den Kampf zwischen Law, da war sie scheinbar auf dem Schiff von Blackbeard. Das könnte auch nochmal ein Hinweis darauf sein, dass sie für ihn noch wichtiger ist, als die Gefangenen, die er auf Hashinoso zurückgelassen hat. Und auf der anderen Seite, ja, Hashinoso war sie nicht, weil sie eben auf diesem Schiff war. Wo willst du sie halt irgendwo einbauen? Ich finde es interessant, vielleicht bekommen wir da auch nochmal eine Kombination zu Katharina Devon, deren Hobby ja, es ist, etwas ganz Spezielles von hübschen Frauen zu sammeln. Und Pudding ist ja auch irgendwo hübsch und dann foltert sie da ein bisschen. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Also, sie wird definitiv noch eine wichtige Rolle nehmen, aber das war eigentlich im Grunde klar, seit wir den Drei-Augen-Stamm genannt haben, bekommen. Zweite Frage, werden Katharina Devon und Lafitte es schaffen, Dr. Vegapunk zu schnappen? Kann mir denken, dass Vegapunk vielleicht großen Eckhead-Ereignisse leben lassen oder jemand anderes? Das Thema ist halt zum einen, wir wissen nicht, ob es Lafitte und Katharina Devon sind, die mit diesem Schiff dort ankommen. Ich habe das zwar auch gesagt und das ist auch höchstwahrscheinlich. Also, 85 Prozent, dass die beiden das sein werden. Sicher ist es halt eben noch nicht und noch viel unsicher ist, was sie eigentlich in Eckhead möchten. Wenn der Plan ist, Vegapunk zu entführen, dann werden sie es höchstwahrscheinlich probieren, aber ist das der eigentliche Plan oder wollen sie sich was anderes schnappen? Vielleicht ein Seraphine, weil Blackbeard auf Amazon Lily auf einem Seraphine getroffen ist und gedacht hat, hey, so einen in meiner Bande, den könnte ich gut gebrauchen, den programmieren wir um und dann kämpft er auf unsere Seite. Auch das wäre natürlich möglich. Es kann auch sein, dass Vegapunk, Vegapunk sage ich schon, die Blackbeard-Piraten es vielleicht auf den Gorosei und den Admiral abgesehen haben, was wir nicht wissen können, weil wir ja nicht mal wissen, wer auf dem Schiff sich befindet und ob Blackbeard halt weiß, dass die Gorosei unterwegs war nach Eckhead Island. Also, da sind die Möglichkeiten ziemlich, ziemlich hoch, dass sie sich Vegapunk schnappen können, ist auch total im Bereich des Möglichen, aber soweit wir nicht mehr wissen, kann man da halt auch schwer etwas spekulieren. Ich glaube, ich habe jetzt alle Optionen mal gesandt, die für mich Sinn machen, was die Blackbeard-Piraten auf Eckhead möchten. Was spricht dafür und dagegen, dass Sonisha Königin Lily ist? Zum einen spricht dagegen, dass Sonisha ein Elefant ist. Zweitens, Sonisha ist viel älter als Königin Lily und zwar 1200 Jahre alt. Das widerspricht auch dem Punkt, dass Königin Lily, die wahrscheinlich in ihren 20ern, 30ern waren, als die Weltregierung gegründet wurde. Da gibt es dann schon einiges, was dagegen spricht, dass Sonisha Königin Lily ist. Ich kann den Gedankengang verstehen, vielleicht über eine Teufelsfrucht und so weiter und dann auch als Strafe sich nicht mehr zurückzuverwandeln. Das würde schon funktionieren, aber das ist ein zeitliches Problem, warum das nicht so ganz hinhaut. Regis hat gefragt, ich würde gerne wissen, was deine Highlights auf der Dokumi waren. Ja, vor allem halt der Animoon-Stand, der war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Habe ich gute Gespräche gehabt, die haben sich witzigerweise direkt bei mir entschuldigt, weil sie so viel Stress hatten und meine E-Mails nicht beantwortet haben, aber wir werden noch darauf eingehen, da wird es dann auch mal ein Interview mit jemandem von Animoon auf dem Zweitkanal geben, wo wir mal so ein paar Fragen stellen werden, was so das Publishing von Anime hier in Deutschland betrifft und vielleicht bekommen wir ja so ein paar exklusive Informationen. Mal schauen, wann das stattfinden kann. Was ich auch fand, die ganzen Leute, die ich getroffen habe, ja, auch einige von euch, die mich angesprochen haben und gesagt haben, hey Genso, können wir mal ein Foto machen? Gerne, bin ich immer gerne dafür zu haben. Ich war jetzt auch nie in der Situation, wo ich gerade mal keine Zeit hatte. Also ihr habt mich eigentlich relativ gut angesprochen oder war zu höflich zu warten, bis ich nicht irgendwo im Gespräch vertieft war. Das waren so meine Highlights auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht, die ganzen Gosplays, also es gibt so viele fantastische Leute, die fantastische Gosplays machen. Hat Spaß gemacht. Was erhoffst du dir im nächsten Kapitel von One Piece und wie das Jahresende Kapitel aussehen würde? Das Jahresende Kapitel ist meistens gar nicht so krass. Man muss halt natürlich gucken, was ist das Jahresende Kapitel, das was halt wirklich noch kommt oder das was als erstes geleakt wird aus dem neuen Jahr. Meistens sind die gar nicht so krass. Auch Kapitel 1000 war jetzt nicht so das, was man am Ende hätte erwarten können, wo man gedacht hat, jetzt passiert hier das allerkrasseste überhaupt. Am Ende war es die Red Rock, die Ruffy gegen Kaido eingesetzt hat und der Kampf wurde eröffnet. Ist auch eine coole Sache und für Kapitel 1000 auch würdig, aber da hätten doch auch viel krassere Dinge abgehen können. Deswegen, ja, was erhoffe ich mir vom nächsten Kapitel, vielleicht wieder mal einen Blick zurück nach Eckert Island. Mich würde es aber auch nicht stören, wenn wir weiterhin Blicke um die Welt bekommen, weil das ist ja immer ein Hype und am Ende, ja, vielleicht sind wir dann im Highlight-Bereich des Eckert-Island-Hacks, vielleicht dann beim großen Eckert-Island-Vorfall. Was meinst du, wird Urush noch eine Rolle spielen in One Piece? Ja, kein Stream ohne eine Urush-Folge. Ja, ich glaube, Urush hatte ihn vergessen. Oder, er war halt einfach mit den anderen neuen Supernova die ganze Zeit beschäftigt und ich habe das ja auch schon häufiger gesagt, wenn wir jetzt noch am Ende vom Wano Kuniak wären, würde die Frage lauten, meinst du Genso, Jolie Bonny und Urush würden noch eine Rolle in One Piece spielen? Jetzt wird Jolie Bonny behandelt, Urush fehlt noch, vielleicht im nächsten Arc. Also der wird definitiv noch behandelt werden in irgendeiner Weise, er ist halt nur einfach der, der als letztes dran ist. Ganz hinten in der Schlange, der muss am längsten warten, genauso wie, wenn man auf der Doku mir ankommt und erstmal eine riesige Schlange sieht, wo man warten muss. So ist das halt eben, Leute, und ja, ich bin mir definitiv sicher, dass so ruhig irgendwo noch in die Story eingebaut wird. Ob das groß ausfallen wird, wie bei Law oder bei Kid oder auch vielleicht jetzt mit ein bisschen mehr Fokus Jolie Bonny oder ob das eher so eine, ja eine mindere Aufmerksamkeit bekommt, wie Basil Hawkins oder auch Dears Drake und Scratchman Apu, das kann ich nicht sagen, wäre ein bisschen enttäuschend. Eigentlich könnte man vielleicht sagen, man hat sich ihn für den Schluss aufgehoben, dass er vielleicht sogar eine ganz krasse Story bekommt. Alphadios hat gefragt, zwei Fragen. Meine erste Frage ist, Buggy war ja kurz bevor die Roger Piraten die letzte Insel Laugh Tale erreichen hatten, erkrankt und Shanks ist bei ihm geblieben. Da müssen Buggy und Shanks doch eigentlich wissen, wo Laugh Tale grob liegen müsste, auch wenn sie nie dort waren. Für mich klang das immer so, als ob sie kann nicht mehr so weit entfernt waren, als Buggy erkrankt war. Deine Meinung, Erklärung würde mich dazu interessieren. Ja, es kann tatsächlich sein, dass sie in der Nähe von Laugh Tale waren. Hier kommt es natürlich auch stark darauf an, Busten, wie viel Ahnung haben Buggy und auch Shanks von Navigation. Man darf halt nicht vergessen, zum Beispiel einen Ruffy. Der ist ein Kaiser, der hat keine Ahnung von Navigation. Er würde komplett verloren sein und Zorro wäre noch verlorener. Aber du hast eine Nami, die ist die Navigatorin, die steuert das ganze Schiff dorthin. Das wird bei Laugh Tale so sein. Du kannst Ruffy nach Laugh Tale bringen, aber ich glaube, Ruffy würde nie wieder alleine dorthin finden. Das ist meine Meinung. Und bei Buggy und bei Shanks kann ich mir Ähnliches vorstellen. Gerade darf man nicht vergessen, dass sie halt auch noch ziemlich jung waren. Da interessiert man sich halt weniger für Kartografie, außer man ist halt Nami und hat das als krasses Hobby, statt halt für andere Sachen, für die man sich interessiert. Vielleicht war man in der Nähe von Laugh Tale, aber man stellt sich das zu einfach vor, dass man sagt, okay, man hat ihn auf diese Insel zurückgelassen und die Nachbarinsel war einfach Laugh Tale. Ich glaube aber auch dahingehend immer noch, dass diese Insel auf dem normalen Weg, ohne die Roadpoint-Klüfe zu finden, nicht gefunden werden kann. Einfach aus Aspekten, so Isla de Muerta mäßig. Kann nicht gefunden werden, die Insel, außer von denjenigen, die schon dort gewesen sind. Vielleicht muss man auch noch ein Rätsel lösen, um diese Insel erscheinen zu lassen. So am 7. Durinstag oder so, dann öffnet sich die Tür und dann ist nur dann zu sehen. Das kann oder alles eingebaut haben und es würde dann halt Sinn machen, warum niemand zufällig auf diese Insel gestoßen ist oder warum Buggy und Shanks jetzt nicht einfach dorthin segeln. Wobei ich halt eher noch Buggy zutrauen würde, das zu wissen, wo Laugh Tale ist, als Shanks, muss ich wirklich sagen. Das würde auch lustig sein, weil er ja der Einzige ist, der gar keinen Roadpoint-Klüfe hat. Aber Shanks wollte die Roadpoint-Klüfe von Kit unbedingt haben und das wird wahrscheinlich den Grund haben, dass er nicht wusste oder nicht weiß, wo Laugh Tale liegt. Welches Level ist eigentlich stärker? Silhouetten-Level wie bei Rocks oder ein Panel-Level wie bei Kong? Spaß beiseite, nur die erste Frage ist ernst gemeint. Ja gut, ich kann die auch nicht beantworten. Silhouetten-Level ist ja auch eigentlich so eine Erfindung von mir, die ich einfach mal gebracht habe, weil man da immer etwas ganz Krasses erwartet und am Ende hast du halt die Numbers. Jetzt sind es die Holy Nights. Wir werden mal schauen, was aus denen am Ende wird. Dann haben wir eine Frage von Walter. Er hat gefragt, was hältst du davon, dass der Eskroko die Glasfrucht hat? Wäre auch eine passende Frucht zum Thema Sand, allerdings würde es im Kampf dann ein wenig scheppern. Ich habe nichts dagegen. Ja, also Glasfrucht gerne, aber sie existiert halt in der Welt von One Piece noch nicht und ich glaube, diese grüne Blutgeschichte basiert halt alles auf Teufelsfrüchten, die halt schon existieren, weil es ja auch eigentlich so ein bisschen DNA von dem Teufelsfruchtnutzer ist. Das heißt, es wäre wahrscheinlicher, dass es die Glasfrucht ist, wenn mir die Glasfrucht schon mal irgendwo in One Piece gezeigt hätten und dann macht das natürlich zum Thema Sand auch Sinn. Das Einzige, was so ein bisschen in die Nähe von Glas geht, war ja die Barriere von Bartholomeo. Vielleicht gibt man dem Eskroko diese Teufelsfrucht. Das wäre ja auch eine coole Sache und dann kann man sagen, hier, da hat man die Assoziation gezogen. Das hätte ein Foreshadowing sein können. Die nächste Frage, meinst du, wir sehen Alon wieder? Hatte ihn damals schon vermisst im Impel Down Arc? Ja, habe ich auch schon einige Videos mal darüber gemacht. Das hat mich sehr gewundert, dass er nicht im Impel Down war. Er war ja mal im Impel Down. Dann wurde er freigelassen, im East Blue ausgesetzt, ins Exil, weil Jinbei sich bereit erklärt hat, Shishibukai zu werden. Das heißt ja eigentlich für mich, da er höchstwahrscheinlich verhaftet wurde im East Blue, dass er wieder ins Impel Down hätte gebracht werden müssen. Er hatte jetzt auch keine Cover Story oder irgendwie eine Side Note, wo Alon hin ist. Auch Hatschan hat uns nichts erklärt, was mit Alon danach passiert ist. Das Einzige, was ich mir erklären kann, er ist im Impel Down, war auch damals im Impel Down Arc, im Impel Down, aber er war halt in einer Abteilung, wo Ruffy halt einfach nicht vorbeikam. Wir haben ja auch immer nur dort gesehen, wo Ruffy rumgerannt ist. Und man darf nicht vergessen, Impel Down geht ja einmal rundherum. Ja, und Ruffy ist ja nicht einmal rundherum gerannt und dann in die nächste Ebene, sondern halt immer nur so ein Teil und hat sich dann nach unten gekämpft. Er war vielleicht auf der komplett anderen Seite. Das könnte das Ganze gut erklären, warum wir ihn nicht gesehen haben. Aber natürlich die Chance besteht, bei einem zweiten Massenausbruch mit eventuell Bentham, mit Doflamingo und Edward Weevil, könnte sich natürlich auch Alon wieder anbieten. Persönlich muss ich natürlich sagen, ich hätte Alon gerne als Schurken im Fishman Island Arc gehabt, auch hier mit dieser Komponente der Steroid-Drogen, um auch ein bisschen dann diesen Unterschied zwischen Alon und Ruffy wieder ein bisschen auf gleiches Niveau zu bringen. Dann wäre das Ganze vielleicht auch emotionaler gewesen und besser als Hoodie Jones. Wie war die Dokumie? Haben wir jetzt schon ein paar Mal beantwortet. Ich will auch nicht so sehr vom Nicht-One-Piece abschweifen. Das ist dann eher was. Schaut mal bei meinen allgemeinen Streams auf Twitch vorbei. Dann Hussein hat gefragt, ich denke, wenn Kisaru und Saturn auf Eckert erscheinen, dann wünsche ich mir, dass Ruffy gegen Saturn kämpft und Zoro und Sanji gegen Kisaru kämpfen. Man darf nicht vergessen, dass Kisaru sowohl mit seinen Füßen agiert, auch mit einem Lichtschwert agiert. Könnte kein Zufall sein von Eichiro Oda. Ich will Kisaru nicht unterschätzen, aber Ruffy, Entschuldigung, Zoro und Sanji gleichzeitig könnte auch schwierig für Kisaru werden. Aber gut, da könnten wir vielleicht nochmal den großen Unterschied zwischen den beiden Charakteren und einem Admiral sehen. Da würde ich schon gut finden, ob Ruffy dann gegen Saturn kämpft. Vielleicht kämpft ja Saturn gegen Zoro und Sanji, weil er schwächer ist als ein Admiral und Kisaru kämpft gegen Ruffy. Oder es kommt eigentlich gar nicht zu wirklichen Kämpfen, sondern wir bekommen nur einen Schlagabtausch, wovon wir dann am Ende auch gar nichts haben. Vielleicht Königs-Haki-Clash wäre doch interessant. Königs-Haki-Clash zwischen Saturn und Ruffy, um einfach mal zu zeigen, hier die Gorosei, die haben auch Königs-Haki. Ich glaube nicht, dass da schon irgendwie entscheidende Kämpfe fallen, gerade weil wir einen Gorosei haben, der sich für einen späteren Arc aufgehoben wird. Sigi, vielen, vielen Dank. Willkommen bei den Crewmitgliedern. Umai, mein Freund. Dansko hat gefragt, wie ist Mihawk der stärkste Schwertkämpfer der Welt geworden? Irgendwie ist der Titel total lahm, wenn man mal darüber nachdenkt. Es gibt ja so gut wie keine Schwertkämpfer, die stark sind. Außer Vista fällt mir da kaum einer, äh, kaum was ein. Meinst du, es gibt noch starke Kämpfer, die wir nicht kennen? Alle Hoffnungen liegen sonst auf Shiryu. Naja, es gibt wahrscheinlich nicht so viele starke Schwertkämpfer, weil vielleicht Mihawk die auch alle besiegt hat. Oder die halt nie wirklich reine Schwertkämpfer waren. Und natürlich, ähm, hat sich damit der Platz des größten Schwertkämpfer der Welt von Mihawk auch natürlich gesetzt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Mihawk so ziemlich aller Herausforderungen wahrscheinlich angenommen hat. Oder sich halt auch direkt mit Vista messen wollte. Bei Zorro hat er es ja auch akzeptiert. Obwohl er wusste, dass das, äh, um es nicht so fies zu sein, halt, äh, ein kleiner Fisch aus dem East Blue war zu dem Zeitpunkt. Ein großer Fisch im East Blue, was auch nicht viel mehr wert ist. Ähm, und noch nicht, äh, der krasse Zorro, wie wir ihn heute kannten. Also, versteht mich nicht falsch. Zorro hat den East Blue Arc dominiert. Komplett. Ich glaube auch, dass diese Begegnung mit Mihawk wichtig war, um Zorro zu handicappen, weil der wahrscheinlich sonst, äh, auch einen Arlong komplett zerlegt hätte. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also gerade Arlong hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten gegen Zorro gehabt. Aber so wurde halt dann der Kampf Zorro gegen Hatschan interessanter. Vor allem, da Zorro ja nicht nur schwer verletzt wurde, sondern auch noch, äh, seine beiden Schwerter verloren hat. Also seine Zusatzschwerter. Und, ja, es gab mit Sicherheit große Schwertkämpfer. Ich meine, Ryuma hatte diesen Titel auch, ähm, vor, vor vielen, vielen Jahrhunderten. Shiryu ist zwar ein Schwertkämpfer, aber interessiert er sich überhaupt für diesen Titel? Äh, oder war halt einfach ein verrückter Mörder und hat deswegen auch im Impel Down gearbeitet, um Gefangene hinzurichten. Vielleicht sehen wir noch den einen oder anderen darken Schwertkämpfer. Wir dürfen ja auch natürlich nie ausschließen, dass, ähm, wir auch schon Charaktere haben, die halt krasse Schwertkämpfer sind. So Ethan Barone, Naso Juru zum Beispiel. Da könnte ein bisschen was entstehen. Ähm, User WQ6 hat gefragt, welcher ist deiner Meinung nach der lustigste Moment in One Piece bisher? Ich finde, das fassungslose Enelface mit am besten. Also, eine meiner Lieblingsszenen in One Piece findet relativ früh statt auf der Grand Line, wo sie auf Krokos treffen und, äh, Sanji möchte Krokos angreifen. Und Krokos sagt halt so ganz cool, lass das mal lieber bleiben, sonst wird hier noch jemand verletzt. Und Sanji fragt dann auch mal nach, so, ja, und wer soll das sein? Und Krokos sagt halt, ja, das wäre dann wahrscheinlich ich, wenn du hier auf mich mit der Kanone schießt. Das ist halt witzig, weil das ist genau das, was halt eben passieren würde. Ähm, es gibt viele Sachen. Was, was ich absolut immer abgefeiert habe und was ich schade finde, dass das nicht mehr passiert, ist, wenn Ruffy die anderen Strohhüte imitiert hat. Also, wie die sich halt verhalten und so etwas. Das fand ich auch recht witzig. Also, das könnte mal wieder ein bisschen kommen. Wäre ja interessant für das Gear 5, wenn, wenn Ruffy dann so ein paar Parodien machen kann und dann im Gear 5, keine Ahnung, äh, so tut, als wäre er Sanji und dann irgendwie, hat ja auch so eine gewisse Art von Feuer den Diable Jomble kopiert. Oder er macht sich halt aus Wolken drei Schwerter und versucht so wie Zorro zu kämpfen. Wäre bestimmt cool und dann könnte man sagen, diese ganzen, äh, Parodien, die Ruffy gemacht haben, waren nur ein Foreshadowing auf Techniken im Gear 5. Das würde mir auf jeden Fall besser gefallen, als, äh, dieses Tunartige. Ole hat gefragt, ähm, bei Miss Golden Week wurde ja schon erklärt in der FPS, dass es sich um Hypnose handelt. Ist es bekannt, ob Massira, Shoujo und Kuru Marimo eine Teufelsrucht gegessen haben? Äh, das sind die Affen? Ähm, nein. Das sind einfach Menschen, die so aussehen. Ja, also, die haben keine spezielle Rasse, die haben auch keine Teufelsrucht gegessen. Das waren ja auch Taucher. Das hat man zwar nicht so gesehen, aber die haben ja nach Schätzen getaucht. Also, das würde nicht funktionieren, wenn das Teufelsrucht-Nutzer sind. Äh, und ja, bei Miss Golden Week, äh, sie benutzt, äh, die sogenannte Color Trap und das ist eine Art der Hypnose in One Piece. Deswegen, immer wenn ihr irgendwas nicht erklären könnt, ja, also, richtig nicht erklären könnt, dann, äh, immer auf die Basis zurück, Haki, Teufelsfrucht oder Hypnose. Das sind meistens die Antworten, wie eine Technik zustande kommt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber das Elektro ist ja keines davon. Rassenspezifische Fähigkeit ist ganz einfach zu erklären. Ja, da brauchst du keine weitere Erklärung. Es geht hier speziell nur um Dinge, die erstmal nicht erklärbar sind. Ja, äh, gerne auch mal in, äh, das Video, was ich auch mal vor einigen Monaten gemacht habe, über die verschiedenen Kampftechniken in One Piece. Da erkläre ich auch die einzelnen Color Traps von Miss Golden Week oder Marianne, wie sie ja in Wirklichkeit heißt. Äh, äh, aber auch unter anderem die Formel 6 und so weiter. Vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Dann, äh, JJ Cool hat zwei Fragen gestellt. Soweit ich mich erinnere, hat Rayleigh bei Ruffys Training gesagt, dass man Observations-Haki und Rüstungshaki selber erlernen kann. Die bewusste Nutzung von Königshaki muss einem aber beigebracht werden. Wie kann Zoro dann bewusst Königshaki einsetzen? Ähm, ich glaube, so ist das nicht gemeint. Also, im Grunde hast du da schon gar nicht so Unrecht. Ja, ähm, man muss das schon trainieren und, wenn man es von jemandem beigebracht wird, ist es natürlich einfacher. Aber am Ende muss es ja irgendwann mal den Ersten gegeben haben, der Königshaki hatte und der muss es sich ja auch selbst beigebracht haben. Zoro hat das anderweitig bewusst eingesetzt und zwar hat das einfach kanalisiert durch das Enma. Das Enma hat ihm ja alles Haki entzogen und da konnte er halt dann auch sehr einfach sein Königshaki mit einfließen lassen, äh, weshalb er gar keine spezielle Technik brauchte. Also, er bräuchte jetzt eigentlich noch mal ein spezielleres Training, um es ohne das Enma einzusetzen. Aber er hat quasi einfach die Prothese dafür bekommen, Königshaki einzusetzen, klingt ein bisschen banal, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Zweite Frage ist, wie war es auf der Dokumie? War schon toll. Ähm, dann Zoro hat gefragt, denkst du, Saturn kommt nächstes Jahr auf Egghead an? Also, ich glaube, er kommt dieses Jahr noch an. Also, so viele Kapitel haben wir noch in diesem Jahr. Wir sind erst bei der Hälfte angekommen. Ähm, wäre jetzt krass, wenn der jetzt in den nächsten, na, wie viele haben wir, sagen wir mal, pro Monat drei Kapitel, dann haben wir so 18 Kapitel, vielleicht 17 mit, mit Pausen 16 Kapitel. Da sollte er mal so langsam kommen. Also, irgendwann müssen wir nach Egghead kommen und dann wird das wahrscheinlich in den nächsten 1, 2 Kapitel auch passieren, dass er dort landet. Ist er stärker als Ruffy? Ich würde sagen nein. Ich würde sagen nein. Da kommt er wahrscheinlich nicht ran, weil Ruffy jetzt auch so quasi den letzten, die letzte Hürde nimmt, um dann halt wirklich als Kaiser anerkannt zu werden, um sich dann auf eine Stufe zu stellen mit den anderen und diese dann als demnächst, äh, herauszufordern. Ja, das stimmt auch, was hier im Chat geschrieben wird, mit Königshaki muss man natürlich geboren werden. Du kannst es nicht in deinem Körper erwecken, wenn es nicht vorhanden ist. Nur einer unter einer Million hat das Königshaki, aber das sind gar nicht so wenige. Auch da habe ich mal ein Video drüber gemacht und wir befinden uns in der neuen Welt, also dort, wo sich gerade diese besonderen Menschen halt alle aufhalten, weshalb ich das nicht ausschließen würde, dass wir da noch einige Leute an Königshaki bekommen, denn so viele gibt es da noch gar nicht bestätigt. Tobias hat einige Fragen gestellt. Gibt es Kampfpaarungen von Sanji und Zorro, die du gerne getauscht hättest? Eher nicht. Also wir hatten es ja selten, dass Sanji mal gegen einen Schwertkämpfer gekämpft hat. Sanji bekommt meistens eigentlich eher, wie ich es bezeichne, Trickser-Charakter. Also Charaktere, die auch nicht so ganz ehrlich kämpfen, das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Einen, den man vielleicht davon ausschließen kann, wobei auch nicht so wirklich, war Koromi, also Schwarzwurt im Deutschen. Der hat ja fair hier Fischmännchen-Karate gegen Sanji gekämpft, hat gemerkt, ey, ist Sanji nicht gewachsen, also hat er den Kampf in das Wasser verlegt, wo er halt gerade im Vorteil ist. Also könnte man da auch so ein bisschen unterstellen, der war so ein Trickser, auch Perle-Eisen-Schild, ja, mit seiner krassen Rüstung, könnte man auch so als Tricks finden, und also die hatten auch immer irgendwie ein Gimmick. Und dann schaut man sich das mal im Alabaster-Arc an, wo er dann das erste Mal wirklich so einen krassen Charakter hatte, wie Bantam, der halt auch mit den Tricks gearbeitet hat, mit seiner Klonfrucht, sich immer wieder in Nami verwandelt hat. Wir hatten Jabra, der immer wieder seine Lügen erzählt hat, so, ja, Nico Robin ist ja meine Schwester und die ist damals mir entrissen worden und so weiter. Auch ein Trickser, Absalom, mit seiner Unsichtbarkeitsfrucht ein Trickser. Dann hatten wir jetzt Queen, der hat sich auch Unsichtbar gemacht und hat mitgetrickst. Das ist halt die Art von Gegner, die Sanji halt bekommt. Zorro bekommt halt in der Regel einen Starken oder einen Schwertkämpfer. Und deswegen wüsste ich nicht irgendeinen Gegner, der getauscht werden könnte. Queen und King vielleicht. Das wäre mal eine Ansage gewesen, weil King jetzt auch nicht der reine Schwertkämpfer ist. Der fand ja Schwert da nur cool. Wir aber bei Queen ja auch nochmal Schwerte hatten. wäre mal eine Maßnahme gewesen. Oder dass man vielleicht allgemein eine Stufe runtergegangen wäre und Sanji und Zorro bekommen Queen und Jack und man hätte King dann für Trafalgar Law oder Kid oder Marco übrig gelassen, um vielleicht Zorro und Sanji nochmal ein bisschen zurückzuhalten. Aber ich finde es auch so gut, wie es gekommen ist. Wie denkst du, würde Garb auf die Enthüllung von Imo reagieren? Also das ist eigentlich so im Grunde das Gesicht von Garb. Könnt ihr mal googeln. Garb erschrocken oder sowas. Der hat eigentlich immer den gleichen Gesichtsausdruck. Ich glaube, so würde der reagieren. Oder vielleicht bohrt sich so im Ohr und denkt sich so, ja, das habe ich mir eh schon gedacht, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Vielleicht reagiert er auch ganz cool. Vielleicht hat er da auch sowas geahnt, weißt du, und ist gefasst. Ja, schwierig. Also wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen, dass die Weltregierung da so dunkle Maschenschaften im Hintergrund abzieht. Aber auf der anderen Seite, er ist jetzt ein Charakter, dem das auch nicht mehr verwundern würde. Denkst du, wir erfahren noch den Grund, wie Dragon Freiheitskämpfer wurde? Wäre interessant. Ich hoffe ja, dass wir das noch erfahren. Es muss ja da ein singuläres Ereignis, wie ich es ja gerne nenne. Also das Ereignis, was ihn dann dazu bewegt hat, die Weltregierung zu bekämpfen, das muss passiert sein. Ich habe das in der Vergangenheit gesagt, dass es eventuell Ohara gewesen sein könnte, dass er dabei gewesen ist. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass er mal ein Teil der Marine war, weil das würde Sinn ergeben, denn Garb war ja auch sehr erpisch darauf, dass Ruffy und Ace zur Marine kommen und später dann auch Sabo. Ist es schwer vorzustellen, dass er es bei Dragon nicht probiert hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der zumindest einen leichten Rang begleitet hat. Es gibt da ja für One Piece Film Z so ein großes Bild, wo viele, also fast alle Marinesoldaten drauf sind und man halt eben auch viele Charaktere erkennt, die dann auch bei der Marine waren, so auch D.S. Drake oder auch Corazon zum Beispiel. Und da gibt es auch die eine oder andere Person darauf, die ein bisschen aussieht wie Dragon. Auch die junge Zuru zum Beispiel, sehr, sehr schön. Was wäre dein Wunschende für die Himmelstrachen-Menschen? Dass die halt einfach wieder normale Menschen sind und dann halt erstmal gucken, zusehen müssen, wie sie da zurechtkommen. Dass die halt einfach ihre Rechte entzogen bekommen. Mehr brauchst du nicht. Also die müssen nicht alle hingerichtet werden. Ich sage schon, das sind Unmenschen. Ohne Frage sind das Unmenschen, die jede Strafe verdient haben. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist nur zu 90% ihre eigene Schuld, weil so wurden die halt erzogen. Das dürft ihr nicht vergessen. Das sind nicht Leute, die sich dazu entschieden haben, so, ich bin jetzt ein Gott und ihr müsst jetzt mir alle gehorchen und ihr seid meine Sklaven und so etwas, sondern die wurden ja so herangezogen über die letzten 800 Jahre. Wenn du es halt nicht anders gelernt bekommst, dann machst du es halt auch eben nicht anders. Also da war ja unser Ehrenmann Miosgat die große Ausnahme. Aber warum hat er sich geändert? Er hat sich nicht von jetzt auf gleich geändert, weil er gesagt hat, diese Sklaven, die leiden schon unter uns, sondern er hat halt gesehen, dass so eine Rasse wie die Fischmenschen, die er halt auch für unwürdig gehalten hat, eigentlich doch ganz nett ist und die ihm halt einfach selbstlos geholfen haben. Und da hat er ein Umdenken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch noch weitere Tenryu Bitu gibt, die halt jetzt nicht San-Charlos sind. Ja, oder der Vater von Versteht ihr? Also die richtig Üblen, diese Vorzeige Tenryu Bitu, damit man sie hassen lernt, sondern halt noch mehr so wie Miosgat, die zwar auch so erzogen wurden, aber halt noch nicht so das Krasse durchgezogen haben, die man halt vielleicht nochmal dann zum Umdenken bewegen kann. Die dann auch einfach sagen, ja, ihr habt ja eigentlich recht und so weiter. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Rocky hat gefragt, eine deiner lustigsten Szenen in One Piece hatten wir schon gehabt, also wie gesagt, die Ruffy-Imitation, die Sache mit Krokos fand ich sehr, sehr witzig. Allgemein den Foxy-Arc, ja, fand ich sehr, sehr witzig, ja, hat mir gefallen, wenn sie ihm immer Spaltkopf gesagt haben und er war dann immer komplett enttäuscht und musste dann von Porsche aufgeheitert werden, das fand ich schon witzig. Wie sähe dein Jolly Roger aus? Wüsste ich nicht. Keine Ahnung, also wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie das Bild hier, vielleicht mit der Doflamingo-Brille. Vor ein paar Jahren wollte mal einer einen Jolly Roger für mich zeichnen, aber da ist leider nie was draus geworden. Schade. Ich bin da zu unkreativ, was das betrifft, dass ich mir da irgendetwas ausdenken könnte. Wussten Roger und Rayleigh von Imu? Möglich. Das Thema ist ja, man vergleicht das immer mit dem, was die wahre Geschichte erzählt, aber die wahre Geschichte wird vielleicht auch nur erzählen, dass ein Nerona Imu damals bei der Gründung der Weltregierung beteiligt war. Da kann ja nicht draufstehen, hier in 800 Jahren ist da ein geheimer König, der beherrscht die Welt aus den Schatten heraus. Das konnte ja Joyboy damals nicht wissen, wie konnte er es aufschreiben? Also, ich würde mal sagen, nein. Also es gibt eine prozentige Möglichkeit, so 10%, vielleicht 15%, dass sie es wussten, aber dann hätten sie es vielleicht auch irgendjemandem erzählt. Ich gehe aber eher von nicht aus, weil das nicht unbedingt mit der wahren Geschichte zu tun hat, in dem Sinne, nur dass man halt gegen 20 Königsfamilien verloren hat und am Ende stehen da halt 20 Königsfamiliennamen und vielleicht auch der Name von Nerona Imu. Aber dass Nerona Imu unsterblich ist und in 800 Jahren die Welt regieren wird, das wird wahrscheinlich nicht draufstehen. Jessie hat noch eine Frage gestellt, wird Smoker und Tashigi in Egghead auftauchen und die Strohhutbande helfen gegen Saturn und Kisaru? Unwahrscheinlich. Zum einen, Tashigi ist mitgefahren nach Hashinosu, sie war da zu sehen auf dem Schiff, das Garp auf die Insel geworfen hat. Das heißt, sie wird nicht nach Egghead auftauchen, wäre ein bisschen zu weiter Weg. Smoker haben wir gar nicht mehr gesehen. Smoker könnte im Egghead Island Arc auftauchen. Vielleicht ist er auch schon die ganze Zeit da, wir hatten ja auch diese Idee gehabt, wo es ja darum ging, ey, ruf den mal an, der muss uns jetzt hier helfen, dass es Smoker sein könnte, der aus Gründen auch immer bei Vegapunk ist, war dann aber dann Stassi. Ja, ich sehe ihn, er könnte dann auftauchen, aber warum sollte er Ruffy helfen? Ja, sie verstehen sich gut, Smoker weiß, dass Ruffy der Gute eigentlich ist, also nicht der Böse zumindest, aber auf der anderen Seite, er wäre doch auf der Seite der Weltregierung und der Marine. Die wird er ja wahrscheinlich nicht hintergehen, da sehe ich Smoker nicht so wirklich. Der macht dann halt eher so sein eigenes Ding innerhalb der Marine, ist eigentlich eher perfekt für die Sword Unit. Aber er wird sich wahrscheinlich nicht gegen die Marine stellen. Son of Mars hat gefragt, wer denkst du könnte im Finalenkrieg gegen Ryokyu kämpfen? Meine Idee wäre, Jinbei, Fischmensch gegen jemand, der Diskriminierung für wichtig, gut, normal hält. Ja, also wenn wir die Marine genauso behandeln, wie ihn wir in der Kaiser-Crew behandeln und dann nach der Milchmädchenrechnung gehen, heißt also Ruffy gegen Akainu, dann Fujitora höchstwahrscheinlich gegen Zoro, weil Schwertkämpfer und Schwertkämpfer und die hatten ja schon so ein paar Reibereien, auch im Film One Piece Stampede, geraten sie ja wieder aneinander. Aber ich bin auch der Meinung, dass da so ein bisschen klargestellt wurde, dass zumindest zu dem Zeitpunkt Mihock noch stärker als Zoro war, vielleicht aber auch ein bisschen krasser als Fujitora. Kizaru sehe ich halt immer wieder bei Sanji, weil schneller Charakter und Sanji ist halt schneller Charakter. Bei Aramaki wäre es dann halt Ausschlussverfahren eben Jinbei oder Yamato kommt doch noch mit und Yamato wird dann die zukünftige Gegnerin von Aramaki. Auch das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Also wenn wir jetzt natürlich streng genommen innerhalb der Strohbande bleiben. Sandy hat gefragt, habe ich den Ace Manga gelesen? Wenn ja, wie hat er dir gefallen? Habe ich ihn mir auf Deutsch vorbestellt. Ja, ich habe ihn gelesen und es gibt auch auf meinem Kanal zu jedem Kapitel eine Review dazu. Das hat damals wenig Leute interessiert, weil die Kapitel nur für sehr kurze Zeit auf Manga Plus verfügbar waren und natürlich nirgendwo auf Deutsch. Deswegen haben es viele Leute gar nicht mitbekommen. Aber ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade die Zeichnung von Boichi, der ja Dr. Stone zeichnet. Das sah alles schon ziemlich nice aus und ja, wenn du den Manga dann gelesen hast, der kommt ja auch bald bei Carlson, dann schau dir gerne mal meine Reviews von damals an und erschreck dich nicht, wie voluminös ich damals noch gewesen bin. Habe ich ein schönes Wochenende gehabt? Ja, habe ich die Sprecher von Ruffy und Zorro getroffen? Nein. Gibt es jemanden, den du unbedingt mal im Real Life treffen wolltest? Ich hätte gerne ein, zwei Synchronsprecherinnen getroffen, die waren aber nicht auf der Dokumie und ich hatte keine Lust, mich irgendwo anzustellen. Da ist mir das nicht wichtig genug. Ich muss auch dazu sagen, dass ich halt 90% auf Japanisch schaue, von daher kenne ich auch nicht so viele Synchronsprecher. Wenn mir die so unterwegs begegnet wären, dann hätte ich die auch mal getroffen. Ich habe den Synchronsprecher von Jean Kirchstein aus Attack on Titan getroffen, zum Beispiel. Das ist ein Thema. Aber das ging auch ein bisschen über Kevkovic, der kennt ja alle. Also das ist ein Thema für Kevkovic. Ich war dann eher so ein bisschen bei den Publisern unterwegs und bei anderen Content Creatern. Aber ich habe auch nicht alle getroffen. Der 18 Plus Bereich beste? Ich weiß nicht. Also ich war auch davon schwer enttäuscht. Keine Ahnung. Also das war weiß ich nicht. Man musste es wahrscheinlich im 18 Plus Bereich machen, aber im Groben und Ganzen so spicy war es nicht. Keine Ahnung. Ich war aber auch das Interesse nicht so groß. Also ich mag Edgy, aber Hentai ist dann auch wieder ein anderes Level. Das interessiert mich dann auch weniger. Also auch in dem Sinne war das dann eher nichts für mich. Schmutzifahrt hat gefragt. Einer von Blackbeards Blähen ist ja anerkannter König von Hashinoso zu werden. Das würde dann auch bedeuten, dass er theoretisch gesehen bei der nächsten Reverie dabei wäre. Meinst du, Blackbeard weiß über den Schatz von Mary Joa Bescheid? So könnte er einfach dort hineinmarschieren und für Chaos sorgen. Blackbeard ist stets sehr gut informiert. Ich könnte mir vorstellen, dass Blackbeard etwas von Doflamingo erfahren hat in seiner Zeit als Samurai der Meere. Also ja, ich glaube, dass Blackbeards Plan vorsieht, König von Hashinoso zu werden, um halt eben eine Audienz bei den Gorosei zu bekommen oder zumindest bei der Reverie eingeladen zu werden. Vielleicht auch so als Idee, weil er hatte ja damals in den Pausen von Wano Kuniak auch immer mal die Reverie thematisiert und was da abgeht und da wollte er einfach mal persönlich dabei sein. Die Begegnungen von Doflamingo und Blackbeard halten sich im Grenzen. Das waren jetzt nicht regelmäßige Treffen der Shichibukai. Die Shichibukai haben keine regelmäßigen Treffen, die werden hin und wieder mal einberufen, wenn etwas besprochen werden muss. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob sie sich da wirklich begegnet sind überhaupt. Ich weiß, Doflamingo war dort, als Lafitte kam und quasi Blackbeard vorgeschlagen hat. Es müsste ein Treffen gegeben haben vor Marineford, aber ich glaube, da war Blackbeard nicht da. Ich glaube nicht, dass da eine Möglichkeit gewesen wäre, eine Überschneidung, dass die beiden sich mal darüber unterhalten und ich glaube, wenn die das erste Mal aufeinandertreffen, ist von Doflamingo nicht das erste Gesprächsthema. Hier übrigens, weißt du eigentlich, es gibt da einen Schatz in Mary Joa. Das ist ja eher etwas, was dann auch bei Ruffy erst später im Kampf entstanden ist, dass er das erzählt hat. Blackbeard könnte es aber auf eine andere Weise erfahren haben. Das schließen wir mal nicht aus. Vielleicht hat er auch noch ein paar Informationen von Roxy Sebek, woher auch immer und der wusste halt ein paar Sachen, die nicht jeder weiß. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass das nicht das eigentliche Ziel von Blackbeard ist, sondern das auch wieder nur Mittel zum Zweck, genauso wie der Rang eines Shishibukais. Patrick hat gefragt, was glaubst du, werden wir noch einen zweiten Charakter sehen, der zwei Teufelsrüster hat oder wird es nur bei Blackbeard sein? Ich glaube, es wird nur bei Blackbeard bleiben, weil das ist ja auch etwas, was Blackbeard zu etwas Besonderem macht und ich finde es immer schade, wenn etwas Besonderes irgendwann zur Regel wird. Deswegen würde mir das gefallen, wenn er weiterhin zwei Teufelsrüster hat. Ich sage aber auch dazu, zwei Teufelsrüster sind auch völlig genug. Er braucht keine drei. Man könnte das auch ganz einfach erklären, dass das nicht mehr mit der Yummy Yummy Nomi zu tun hat, dass er quasi einen freien Slot hat, um noch eine Teufelskraft zu haben, nicht mal die Frucht selbst essen musste, sondern er hat einfach die Teufelskraft entzogen von Whitebeard und konnte sie da halt dann auch eben wieder so ein bisschen in Richtung Dial ausstrahlen. Nur, dass es halt ein bisschen anders da funktioniert. Aber von dem Grundgedanken her halt wie so ein Dial. Was schätzt du, wird die nächste Arc L-Buff sein oder Beehive, also Hashinosu? Ja, dann wohl eher L-Buff, weil Hashinosu wird ja schon quasi eigentlich gerade behandelt. Was soll Ruffy dann da machen? Die Scherben auflesen, die haben das Ganze so ein bisschen in den Schutt und Asche gelegt. Ich sehe da auch auf dem Arc nicht so wirklich einen Grund da für Ruffy aufzutauchen. Es sei denn, er müsste Kobe retten, aber der wird ja scheinbar hier gerettet. Und ansonsten sehe ich da keinen Charakter, der da von Ruffy gerettet werden muss. Also spricht alles eher so ein bisschen für L-Buff, weil da gibt es halt Dinge zu erledigen. Hoffe One Piece geht nicht mehr, äh, nicht mehr so runter geht wie in Wano. Seit Ende von Wano ist es wieder top. Ich finde auch, ich fand den Wano-Ark gut. Ich weiß, ich stehe da vielleicht alleine da, aber es ist jetzt auch kein grundloses Gehype. Ich fand jetzt auch, es war nicht der beste Arc. Also versteht mich nicht falsch. Ich war zufriedenstellend, ja. Befriedigend, eine 3, ähm, keine 4 für ausreicht oder so etwas. Er hat sich halt ewig lange hingezogen. Ich glaube, das ist das große Problem. Und wir werden mit Sicherheit noch mit dem letzten Krieg-Ark so einen langen Arc bekommen. Das hat ja auch Craig Werner angedeutet, dass der nochmal extrem lang werden könnte. Ähm, aber ja, ähm, bin gespannt, was, was der nächste geht. Und, äh, ich hoffe, es bleibt interessant. Ich meine, wir haben jetzt den Elbaf-Ark, äh, den, Entschuldigung, den Egghead-Illand-Ark und der ist doch fantastisch, oder? Ich finde ihn fantastisch. Wir bekommen so viele Sachen. Jetzt dieser ganze Blick rund um die Welt, die funktionieren immer. Ähm, das passt schon. Das passt schon auf jeden Fall. So, das waren aber erst mal alle Fragen, die hier im Vorfeld gestellt worden sind. Ihr könnt jetzt gerne noch ein paar Fragen in den Chat schreiben. Ich werde nochmal schauen, ob, äh, noch eine Frage reingekommen ist. Und dann, äh, passt das. Felix hat noch gefragt, für den Fall, dass man ein Geschenk für dich hätte, äh, hast du sowas wie ein Postfach oder so? Noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, das einzurichten, aber ich wohne auf dem Dorf und weiß nicht, ob das hier überhaupt möglich ist. Ich bin mir auch nicht sicher, wie so ein Postfach funktioniert. Ähm, von daher eher weniger. Ich hab, ich hab ne Amazon Wishlist. Ich, äh, biete, biete die nicht so feil. Ich will ja nicht irgendwie betteln oder so und, äh, da sind auch Dinge drauf, die ich mir dann irgendwann sowieso später selber holen werde. Ähm, da kann ich mal den Link in die Beschreibung packen. Äh, vielleicht sollte ich die auch mal aktualisieren. Ich hab die wahrscheinlich wieder Ewigkeiten nicht aktualisiert, aber wenn ihr daran Interesse habt, dann, äh, gebe ich euch diesen Link natürlich. Ähm, ich verteile den halt nicht von mir aus, gell. Das ist dann nur auf Nachfrage, wenn ihr solchen Link haben wollt. Die Adresse deines Netzwerks wäre ja möglich. Äh, es geht hier nicht ums Impressum per se. Ein Impressum habe ich gar kein Problem. Da reicht eine E-Mail-Adresse. Ähm, und der Restlichen Angaben halt, also eigentlich nur eine Kontaktmöglichkeit. Und da ist ja auch Telefonnummer und alles angegeben. Ähm, es ging ja jetzt hier darum, äh, mir etwas zuzuschicken. Und wenn man es einem Netzwerk zuschickt, dann würde das auch gehen. Aber, und jetzt kommt der Clou, ich habe kein Netzwerk. Ich brauche auch kein Netzwerk, weil so groß bin ich nicht. Und, äh, so viele Angebote bekomme ich auch nicht für irgendwelche Product Placements oder sonst irgendwas. Äh, und wenn die reinkommen, wäge ich da sowieso ab. Ist das etwas, was ich selbst auch benutzen würde, beziehungsweise verwenden würde. Äh, ihr kennt mich ja und alles, was ich bisher euch immer angeboten habe, benutze ich ja auch selbst. Aber ausschließ, äh, ausschlusslos benutze ich alles. Wie gesagt, ich werde mal, ähm, in einem angepinnten Kommentar diese Wunschliste, äh, später posten. Und dann kannst du da ja mal schauen. Aber ansonsten, ja, ich werde mal gucken, ob ich da im Postfach irgendwann einrichte, ähm, ob das hier überhaupt möglich ist. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem, mit der Paketbox irgendwie funktioniert. Ich, ich habe keine Ahnung davon. Oder ob das einfach dann zur Post kommt und ich hole es bei der Post ab. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich denke beim Postfach immer an etwas Kleines, wo ein Brief reinpasst. Haha, an der Stelle. Ähm, naja. Kommen wir noch zu den Fragen, äh, im Chat. Habt ihr noch ein paar One-Piece-Fragen? Dann jetzt in den Chat schreiben. Ich werde mal gucken, nicht, dass irgendetwas in der Überprüfung gelandet ist. Ähm, das landet meistens dort, wenn ihr auch ein Hashtag benutzt. Die muss ich immer händisch freischalten. Ich weiß nicht, warum. Ist aber nichts gelandet. Äh, dann schauen wir doch mal im Chat. Äh, bin gespannt, äh, wie Eckert weitergeht. Die SB, äh, da eine... Die SB, ja, Strohbande. Strohbande hat da eine ernstzunehmende Armee vor sich, wenn Cypherpol 0 und die, äh, Seraphine bis Saturn mit Kizaru eintrifft und noch nicht besiegt ist. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Thema. Die sind innerhalb dieser Kuppel und da kommt aktuell keiner rein und keiner raus. Also, solange die das nicht öffnen, ist alles, was von außen kommt, wahrscheinlich auch erstmal nicht gefährlich. Äh, und außerdem ist ja auch draußen noch ein bisschen was unterwegs. Diese über 50 Pazifista Mark III zum Beispiel sind ja auch noch ein Thema. Die müssen auch erstmal aus dem Weg geräumt werden. Blackbeard, äh, die Piraten dort, die werden sich wahrscheinlich auch irgendwie einmischen. Das sind weitere Probleme. Von daher, ja. Also, es sind erstmal cool, die Strohbande. Und dann ist ja nicht das Hauptziel, einen offenen Kampf zu wagen, sondern, äh, eher halt, äh, weg. Vegapunk wegbringen. Also, sie sind ja eher auf der Flucht dann. Und das ist ja eigentlich auch ganz okay. Ähm, denkst du, Saturn wird in Egghead besiegt? Nein. Nicht, weil ich möchte, dass der kämpft oder nicht besiegt wird, aber ich glaube, Saturn ist einfach ein Charakter, der später halt erst besiegt werden muss. Weil er halt dann zu der letzten Riege gehört. So, letzter, ah, Krieg gegen die Weltregierung. Äh, und dann vielleicht in Kombination mit den anderen Gorosei. Da sehe ich ihn halt eher als, äh, auf Egghead Island. Sofern er sich überhaupt einmischt. Also, das möchte ich auch mal sagen. Stellt euch mal darauf ein, dass Saturn vielleicht auch eine riesige Enttäuschung auf Egghead Island sein kann, wenn der einfach auf dem Schiff bleibt. Oder halt gar nichts macht, weil er sagt, ich hab Kizaru dabei, soll der doch mal was tun für sein Geld. Versteht ihr? Das kann ja auch passieren. Und dann sehen wir halt nur Saturn, der auf dem Schiff ist und dann an Land geht und Wasser überprüft oder so etwas. Aber er persönlich macht halt nichts. Stellt euch mal drauf ein. Wir hoffen natürlich, dass wir mehr sehen. Ich will auch mehr sehen von dem. Ich will zum Beispiel sehen, was er für eine Teufelsfrucht hat und vielleicht wird uns die vorgestellt und wie er wirklich aussieht. Da hätte ich Bock drauf. Aber ich stelle mich natürlich auch darauf ein, dass das wieder im Argen gehalten wird. Was glaubst du, warum hat Oda Warpol bei Imo sehen lassen? Wegen den Lolls. Also, ich find's unglaublich witzig. Warpol ist halt einer dieser Charaktere. Das ist halt, wie man so schön sagt, so ein bisschen ein Gag-Charakter. Ja, das sind so Charaktere, die halt dullis sind, aber dann irgendwie in der Story weiterhaben, weil die halt krasse Infos haben. Karibu weiß, wo zwei antike Waffen sind. Kaum anderer Charakter in der Welt von One Piece und auch die Allerhöchsten wissen nicht, wo eine dieser antiken Waffen ist. Und Karibu weiß, wer Poseidon ist und weiß, wo die Blutton ist. Das ist auch ein Dulli-Charakter halt eben. Buggy ist mittlerweile Kaiser und er ist halt auch ein Gag-Charakter. Foxy hat auch irgendwelche Sachen gerissen. Also, das ist halt einfach der Charakter von Warpol. Deswegen ist das halt extrem witzig, wenn gerade er das gesehen hat. Wenn das jetzt ein cooler König gewesen wäre, wäre es nicht so witzig gewesen. Und er hätte sich auch nicht durch die Wände fressen können. Genau, Flucht durch den Coo de Burst können die ganz gut. Ja, den fühle ich auch, den Coo de Burst mal wieder zu sehen, wie sie da verschwinden. Oder vielleicht läuft das mit dem Vega Force 01 ab, dass der Roboter sie weit hinaus aufs Meer bringt, bis der Roboter halt nicht mehr fliegen kann, weil das ja nur rund um Egghead Island geht. Und dann wirft er die nochmal weg oder dann setzen die den Coo de Burst ein und dann kommen die über diese ganze Armee der Marine und hauen einfach ab und die gucken dumm aus in der Wäsche, weil die erstmal die Schiffe wenden müssten, um dann hinterher zu kommen. Denkst du, dass Vegapunk auf Egghead stirbt und Blackbeard seine Frucht bekommen könnte? Für sich. Also erstens ja, ich sehe die Option gegeben, dass Vegapunk stirbt aus Grund der Tatsache, dass wir noch mehr Vegapunks haben. Ja, das sind nur seine Klone, das sind nicht die Originale, aber im Grunde Vegapunk würde weiter existieren, weil jeder dieser Satellites 1 zu 1 Vegapunk ist. Man könnte jetzt meinen, ja, aber die haben doch so Beinamen wie der Gute, die Böse, die Gewalttätige, oder die Gierige, wie es York ist, aber es wurde uns erklärt, explizit, dass jeder Vegapunk ein 1 zu 1 Replik ist mit allen Persönlichkeiten. Vielleicht ist eine Persönlichkeit nur stärker ausgeprägt, aber ganz ehrlich, wir hatten am Anfang vom Egghead Island Arc und vielleicht ist das ein Foreshadowing, Lilith präsentiert bekommen als Dr. Vegapunk und wir hatten, es war ja so ein bisschen Turn-Up-Diskussion auf einmal, wie das ist Vegapunk, aber der sollte doch aussehen wie ein alter Mann und so weiter. Die ganzen Hinweise haben doch dagegen gesprochen, dass das Vegapunk ist, aber sie hat ja nicht gelogen gehabt. Sie ist ja Vegapunk, nur sieht sie halt anders aus. Und dann haben wir ja die Theorien gehabt, ist es seine Tochter, ist es seine Frau, ist es seine Nichte, ist es eine Adoptiv-Tochter oder sonst irgendwas, ist er es selbst und er hat einen anderen Körper angenommen oder so. Die kamen ja alle. Und deswegen, klar, so eine Lilith, die könnte einfach weiter existieren oder halt auch eine Atlas, die ja noch existiert. Also, das sehe ich halt schon, dass Vegapunk da eine Wahrscheinlichkeit hat, da zu sterben, also er persönlich. Und ob Blackbeard seine Frucht bekommen könnte, ich glaube nein, weil ich mich auch frage, was er mit der Frucht soll. Also die Hirn-Hirn-Frucht macht doch bei keinem anderen Charakter außer Vegapunk Sinn. Es ist ja auch keine, die dich noch intelligenter macht, sondern dein Gehirn wächst halt und du kannst mehr Wissen speichern. Das ist halt perfekt für Vegapunk, aber was soll da, keine Ahnung, ich glaube, Lafitte ist der einzige Vakante, der noch eine Teufelsroth essen könnte, aber der hat wahrscheinlich auch eine. Und Blackbeard hat ja schon zwei. Und wir haben ja vorhin drüber geredet, vielleicht kann er noch eine dritte haben, aber ich sage es euch auch ganz ehrlich, wenn Blackbeard eine dritte Teufelsroth hat, Leute, dann muss das eine Sohan sein. Das würde so viel Sinn machen, weil dann hat er von jeder Art eine und dann würde ich das auch komplett akzeptieren. Ansonsten reicht mir das vollkommen aus, wenn er zwei Teufelsröchte haben. Vegapunk in der Strohutbande, jein. Vegapunk ist halt kein Kämpfer und das hat er auch im Arc einige Male klar gemacht, er hat ja auch gesagt, die Weltregierung glaubt, ich will gegen die Kämpfen, nein, nichts liegt mir ferner. Er wollte bei den Freiheitskämpfern nicht dabei sein, er wollte bei der Revolutionsarmee nicht dabei sein. Der will seine Ruhe haben, der hat gar kein Interesse daran und bei der Strohutbande würde er sich ja auf eine Seite schlagen und ich glaube, das würde er bis zum Schluss nicht tun. Also da sehe ich dann halt auch eher jemanden wie Lilith, die von der Persönlichkeit ein bisschen anders ausgeprägt ist in dieser Bande. Da wären wir halt wieder bei dem Punkt, dass Vegapunk selbst entweder zurückbleiben könnte, irgendwo, wo man ihn in Sicherheit bringt, sterben könnte und dann halt ein Satellite mitreißt, quasi als Wissenschaftler, weil wir einen Wissenschaftler ja in dem Sinne noch nicht in der Crew haben. Ich wurde darauf hingewiesen in den Kommentaren, dass auch Archäologie eine Wissenschaft ist, die man nicht ignorieren sollte, aber wenn wir von Wissenschaftler in der One-Piece-Welt reden, dann an verrückte Wissenschaftler, die irgendwelche Dinge erfinden und nicht alte Ruinen betrachten und Knochen ausbuddeln. Tut mir leid, dass ich es auf diese Art reduziert habe, weil ihr versteht, die Unterschiede zwischen dieser Wissenschaft und dieser Wissenschaft. Und dann kann es auch sein, dass halt Lilith als Vertreterin dann dabei ist, die entweder dann jedes Mal mit Vegapunk sich synchronisiert, damit Vegapunk persönlich nicht dabei sein muss, weil er persönlich nicht kämpfen will, aber wir haben ja gesehen, gerade Lilith ist ja immer ganz vorne dabei, wenn es um Action geht, da würde das vielleicht sogar passen oder sie ersetzt halt voll und ganz Vegapunk. Ja gut, das weltweite Netzwerk ist eine Idee, aber das könnte ja auch eventuell zerstört werden jetzt. Da haben sich ja einige Dinge geändert und demnach halt natürlich auch meine Meinung dazu. Ich warte immer noch auf die Teleschnecken so an. Theoretisch könnte es eine geben. Ja. Ja, schade, dass du mich nicht getroffen hast. Also ich habe mich nicht versteckt. Ich denke, man konnte mich finden und viele haben das ja auch geschafft und ich habe auch mit jedem ein Foto gemacht. Ja, aber ich bin heute schon ein bisschen früher abgereist. Das war mir dann doch ein bisschen alles zu stressig. Ich muss das nächstes Jahr ein bisschen besser planen, aber nächstes Jahr bin ich auch wieder da und es laufen auch schon Pläne, ob ich Anfang September zur Konnichi gehe. zumindest mal einen Tag nach Wiesbaden ist die dieses Jahr. Das ist auch ein bisschen näher dran. Da kann man vielleicht auch ein bisschen besser planen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es kostet ja auch eine ganze Stänge Geld. Also so umsonst wohnt man da nicht und geht auch nicht auf die Messen. Also es ist ja streng genommen keine Messen, sondern eine Convention. Glaubst du, dass Punk Records am Ende des ARCs zerstört wird, unabhängig davon, ob Vegapunk stirbt? habe ich gerade auch schon eben versucht zu erklären. Ja, mittlerweile glaube ich, dass das eine Option ist, aber ich bin auch immer noch der Meinung und das könnte auch der Grund sein, warum gerade Saturn dorthin geschickt wurde. Ich habe ja gesagt, das macht jetzt absolut Sinn, dass er kommt. Er ist ja für die Wissenschaft und die Verteidigung zuständig bei der Weltregierung. Er könnte auch einfach nur da sein, um zu gucken, was können wir noch gebrauchen? Ist das Kunst? Kann das weg? Und vielleicht braucht er ja die Punk Records noch oder sie wissen einfach nicht, was mit den Punk Records ist. Wenn, ja streng genommen müssen wir ja mal die Situation betrachten, wenn Vegapunk weg ist von dieser Insel, wenn die Strohhutbande weg ist von dieser Insel, warum sollte man diese Insel noch zerstören? Weil das sind ja so viele Dinge, die die Weltregierung noch gebrauchen kann. Die würden sich ja ins eigene Bein schießen und das lässt mich immer noch so ein bisschen zumindest zweifeln, dass Eckert Island zerstört wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zerstört wird, ist deutlich höher als noch vor einigen Wochen. Könnte eine Parallele zum antiken Königreich darstellen, wenn Vegapunks Erinnerungen ausgelöscht werden? Ja, da wurden ja keine Erinnerungen ausgelöscht, man hat halt einfach nur klar Schiff gemacht. Man hat die Aufzeichnungen geschreddert, wenn man das so möchte, gerade halt durch die Königreiche. Ich meine, es war ja auch damals in unserer Vergangenheit so, dass die meisten Aufzeichnungen dann auch eher von speziellen Einrichtungen geführt werden, Bibliotheken und so weiter, auch Königreiche die Aufzeichnungen gemacht haben und diese Könige, bevor die nach Mary Jo gegangen sind, haben halt einfach alles gelöscht, die hatten ja die Macht dazu und in normalen Dörfern, ja, so Windmühlen-Dorf zum Beispiel, da wird keine Aufzeichnungen groß stehen, was damals vor 800 Jahren passiert ist, sofern die überhaupt beteiligt da waren oder irgendwas mitbekommen haben oder überhaupt schon existiert haben. Also, die Erinnerung auslöschen von Vegapunk ist dann nochmal eine andere Sache, auch wenn es ähnlich ist. Ich glaube, ich denke, die Insel wird im Kampf zerstört, ich glaube nicht, dass eine Insel überhaupt jemals im Kampf zerstört wurde in One Piece, also nicht komplett, dass sie dann halt versinken würde. Vielleicht ist das mit God Valley passiert, wer weiß, da waren auf jeden Fall so krasse Kaliber, dass ich mir vorstellen kann, aber das muss ja auch erstmal bewiesen werden. Ja, und ich denke, damit sind wir für dieses Mal durch, aber keine Sorge, wir haben ja nächsten Sonntag wieder ein Q&A, bevor wir dann endlich dann auch wieder bald zu einer Nachbesprechung kommen, da könnt ihr dann auch wieder fleißig Fragen im Community-Tab stellen. Ich werde euch natürlich die Woche einige Videos machen, ihr könnt mir gerne mal ein paar Wünsche bezüglich Tierlisten in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, ich würde gerne mal wieder eine Tierliste über die Teufelsrüchte sehen, dann schreibt das rein, oder wenn ihr sagt, Genso, jetzt muss mal so langsam mal wieder über die Supernova geredet werden, die sind ja jetzt alle durch, jetzt kann man mal so einen abschließenden Tierlist-Podcast machen, weil viele wissen das vielleicht nicht, jede Tierlist ist ja quasi auch ein Podcast, der halt einfach nur so ein bisschen mit einer Tierlist untermalt wird, aber ich rede ja meistens über die Charaktere, zumindest über die etwas zu sagen gibt. Enis Lobby wurde quasi im Kampf zerstört, auch nicht richtig, da wurde ein Bustercall gemacht und im Grunde wurden nur die Gebäude zerstört, die Insel selbst existiert ja noch, um das noch als letzte Frage zu beantworten. Aber in dem Sinne, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den ganzen Antworten, die ich gegeben habe, unten in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne natürlich einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Q&A's und natürlich viel mehr One Piece Content. Folgt mir gerne auf Twitter, folgt mir gerne auf Instagram, da könnte in der nächsten Zeit viel mehr passieren, weil ich habe mitbekommen, Twitter geht zu Ende, das hat sich alles so ein bisschen am Wochenende beteiligt, deswegen habe ich da noch nicht alles so hundertprozentig mitbekommen. Der Zweitkanal, der freut sich auch über jeden Besuch und über jedes Abo, da gibt es immer regelmäßig Reviews zu Chainsaw Man, aber auch ganz fantastische Anime-Podcasts über die aktuellen Season, zum Beispiel die Vorschau zur aktuellen Season, die gestern angefangen hat und ansonsten bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören, für euren Support, für eure Fragen, dafür, dass ihr live dabei wart oder dieses Video gesehen habt und in dem Sinne vielen, vielen Dank Ossi für 2,49. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!